hallo meine lieben freunde willkommen zurück zu sleeping dogs auch hier nicht alleine an all die leute die kein vorlaut gucken und ja es ist mal wieder so ein part wo mir einfach nur war lustig gegen fahren und irgendeinen scheiß machen weil wir uns jetzt ein taxi nein natürlich schon wie immer ein taxi doch als ob ich die acht kilometer da fahrt ja zu retten taxi oder nehmen ein taxi 2 kilometer sind viel dann habe ich alle bis auf die eine und die eine scheiße die erste augen auch mann ich will die treffen ich habe einfach mit der karte ich will den kursor haben also kann ich die auch mal treffen guck dir an was du mit deinem übergeilen auto ist mir doch egal steige ich halt aus ich habe hier so eine schöne auto ist zwar schade mein auto aber ja komm her zack und das im anzug ja zu recht neun hecken äh knacken so einmal hallo dankeschön ich hasse das wenn ihr das nicht annimmt 5 15 23 und die 10 und die 10 macht doch mal ruhig 12 und 5 3 aber ich habe eben sogar noch eingesehen den können wir noch schnell holen ob ob tut mir leid das heißt wir unter da weißt du wie schwer das ist hier zu fahren ich weiß wie einfach es ist hier zu fahren nur wegen mir hast du das spiel bei dir überhaupt auf hundert prozent denn ja so ja 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 nur wegen dir ja das weißt du genau mhm 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 kling 12 kling 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 jetzt habe ich nicht aufgepasst 5 5 mann was kannst du ich stoppe aber er macht einfach ein weiter ja ja 20.000 war da drin zwei stück noch scheiß auf mein auto ich schaue mir jetzt ein neues oh nö nicht das doch weil da läuft bestimmt jetzt gute musik äh weil wir meinen blast läuft immer nur scheiße im record lexler und cherry gibt schlimmeres wo lotst mich das denn hin hier nach hause ach ne der will wieder auf die autobahn bringen ja dann fahren wir halt den weg obwohl er hat ein taxi ne ne jetzt habe ich das taxi gesehen jetzt will ich das taxi auch haben ich würde schon drei mal da sein können wenn du mich fallen gelassen hättest ja ich will aber auch noch die tresore einsammeln das ist mir egal das ist 100% kannst du auch später machen nein das wäre scheiße weil dann ist die story schon rum und dann will das auch keiner mehr sehen ja ja du bezahlst dir jetzt mal 310 hong 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 kong dollar hong 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 b jetzt das glaube ich nicht so ich hoffe den bain breaker haben wir schon den armbäume auf bei einer griffechen schön wann habe ich immer einen griff ha der war doch gut Guck mal, das ist so schöne Übungen, die dahinter sind. Ach, halten. Ah, einfach halten. Hallo. Ich habe gehalten. So, ins Gesicht. Ich habe mich schon bei meinem Trainer entschuldigt, dass jetzt seine Schüler immer zur Gesichtsbehandlung müssen. Will einer mal herkommen? Bam und bam. Aber, Alter, der hat mich. Ihr will aber nicht kontern. Fehlen ja nur noch zwei Statuen. Eine weiß ich noch, wo die ist. Die andere auf. Okay. Ich muss gerade überlegen. So, die Frage ist, wo fahren wir jetzt hin? Das ist die eigentliche Frage. Ah, guck auf die Karte. Weil wir haben hier alles eigentlich schon gemacht. Eigentlich fehlen wir nur noch hier was und da was. Und da. Ja. Da wären wir gerade schon da. Ja, also hier unten fehlt uns eigentlich am meisten. Dann fangen wir gerade mal hier hin. Schädigte Teile. Suchst du dir jetzt hier ein Taxi? Ach, dann tausend Taxi. Ach, komm, wir fahren. Wir fahren diesmal nicht mit dem Taxi. Ey, es ist zwar zeitaufwendiger und dann ist die Barzeit kacke. Nein. Diskriminierung. Und? Was? Das ist mein Kanal. Soll ich überhaupt hier hin? Ich glaube schon. Du musst der gelben Linie folgen. Ja, 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 ich wollte gerade schon sagen, guckst du eine gelbe Linie da, die ist weg. Ja, siehste, siehste das. Da war, du bist einfach nur falsch gefahren auf die Felschicht. Ding, da du hättest unten rumfahren müssen. Geh doch mal unten rum. Ich bin doch dabei. Mach doch schneller. Ja, ein Geisterfahrer. So egal, Trivium. Da war ein Taxi auf der Autobahn. Ich hab schon nie gesehen. Taxis fahren auch mal über eine Autobahn. Ja, aber nicht in dem Spiel. Wo fahren wir eigentlich in Everdeen? Da fiel dir wirklich gefühlt noch alles. Bei den anderen nicht mehr, aber hier, da fiel dir alles. Ach, nein. Das war die 5.000 Dollar nicht. Ah, ich seh direkt ein Trichore hier. Ein Trichore? Ah, ich weiß noch, wo ich bin. Sogar zwei Trichore. Ganz sehen aus. Ist ok. Ah, da war, da war, da, 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 papapa. Knapp verpasst. Hier sollen eigentlich Gegner sein. Na gut, zum Jaus. Wenn die Gegner keinen Bock haben. Oh doch, 7 von 15 ist doch schon viel. Naja. Wir haben nicht mehr als die Hälfte. Knapp. so dann ist dahinter noch einer da musste ich aber einmal gut da stehen die gegner so der irgendwo hier da blinget 8 von 15 jetzt haben wir wieder glücklich wenn wir mehr als selbst haben das alle ich bin es halt abgeboten egal bleibt schon hallo vor allem du hätten sogar noch ein triff oder direkt weiter löschen. Ja. Ja, freut ich glaube ich auch, hm? Hätte ich gemacht, oder? Ne, ne, so ist davor. Oh, mal wieder knacken. Twenty. Sechzehn. Da konnte ich jetzt nichts für, der hat nicht angenommen. Null. So, wie viel Geld? 5.000 und eine Chiglar-Jogginghose. Oh, chic. So, was ist denn mit deinem Moped hier? Hallo. Der coole Way, der kennt sich mit allem aus. Er kennt sich einfach mit allem aus. Ich wusste es, ich habe es so gewusst. Es ist doch immer so. Bleib stehen. Ich habe keine Waffe. Du hast der armen Frau gerade die Tüte aus der Hand geschlagen. Oh, hat er sich das Bein gebrochen? Hat er sich das Bein gebrochen? Willst du dir das mal richtig brechen? Dann komm mal her. Da brechen wir mal das Bein. Oder auch nicht, weil der schon auf dem ersten Schlag wurde. Ich wollte doch das Bein brechen. Und Stufe 10. 40% Rabatt auf den kaufständischer Waffen und Kleidungsstücke. So, was haben wir hier noch in der Nähe? Ein Rennen. Na, mal ein Rennen. Wo startet das Rennen denn da oben? Wahrscheinlich. Ich glaube mal nicht hier unten am Steg. Ha. Da. Oh, Autoren. Jetzt warte mal, glaube ich, Moped. Nio 5. Jetzt brauche ich richtige Musik wieder. Ich hoffe auf den Radiosender. Aber ich kenne da ja immer, immer wenn es drauf ankommt, glaub ich ja scheiße. Entschuldigung Leute, ich muss jetzt mal hier umscheißen. Hast du doch was zum Glück zu probieren? Nö. Oh man, ist noch eins. Ich sagte da noch was ne Scheiße. Ich will für Dream wie ever. Super. Wenn ich an der Band hasse, ist das, yo, dass die Lieder einfach alle ne halbe Stunde gehen. Ja, wenn du ne halbe Stunde rennen fährst, dann hast du auf jeden Fall ein nettes Liedchen. Ja, super. Da ist ein Tresor. Oh. Ja, bleib stehen und machen auf, ne? Ja. Kann ich leider nicht. Da ist noch ne Kamera. Sondern so. Hier geht der Schiff noch in der Berlin. Ich sollte mich mal lieber... Oh, da ist mir genau eine Gesundheit rein. Ja. Der Gesundheitsschwank. Nein. War ja irgendwie. Noch mal den Typen überfahren, den ich mir ne Aufgabe geben will. Nein. Nein. Sie haben das Rennen gewonnen. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen, aber danke, dass sie mir das noch mal gesagt haben. Was er herausfordert. Ich bin schon Stufe 10, kann ich mehr. 20.000 YKD. So, haben wir noch Zeit. Wow. Schlippchen. 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 Ja, genau. Gehört es ja auch nicht. Es ist zwar eine Trophäe, aber es gehört nicht offiziell zu den 100%. Ich will den Tresor dahinten. Außerdem habe ich die Trophäe schon. Ja, sinnlos. Deinen Zuschauern kannst du ja wohl was Gutes tun. Ja, wow. Dann sage ich den, die müssen einfach 10 verschiedene Sachen essen und dann kriegen die die Trophäe und dann habe ich die Sache alledet. Nein. Nein. So, wo seid ihr denn jetzt? Ihr Spacken. Da auf dem Schiff. Auf dem Bötchen. Hala. Und BÄM. Und BÄM. Da konnte ich jetzt nicht mehr runter. Und zack. Wie. Oh. Oh. Über das Ding. Sauber. Du auch. Schade. Hast du eine Sonnbrille auf? Weiß nicht. Habe ich nicht drauf geachtet. Ja, 14. Ich hatte es. Dankeschön. Wahnsinn. Wie abgefuckt den Handy auch einfach schon aussieht, ne? Hm. Ich habe aber schon schön mit dem Handy gemacht. Ja. Ein paar Fotos geschossen. Gefälschte E-Kotze. Kapuzen-Shirt. E-Kotze. E-Kotze. Jetzt immer E-Kotze. E-Kotze. E-Kotze girl. So. Wann machen wir mal den auch? Wir haben ja längst was wir haben hier rechts was. Links war ich eben schon. Danke mal. Ja. Stimmt. Ach schade. Toll. Toll. Warte den. Oh. Du hast den ländlichen Stil dann. Ich mag dich nicht. Ah, ist das. Warum? Der ist das? Ist das ne Jackie? Oh. Du hast den ländlichen Stil dann. Der Jackie? Ja, quatsch doch mal an. Wer ist denn nicht der Jackie? Der Typ für Probleme? Wer ist das? Haha. Was will der von mir? Hallo? Was macht der da? Ja. Ich glaube wir sollen wieder äh. Wie heißt es noch? Den Echo-Ton. Nein. Wie heißt das generell nochmal? Hat man hier gemacht? Ja. Sie haben noch einen anderen. Free Warning. Sorry. Cool. So. Runter mit dir. Ja. Geht auf Zeiten. Warum sehen die alle gleich aus? Weil das Asiaten sind. Äh. Vorurteile. Zurich. Nein. So. Das gibt's. Ja, bisschen. Ich bin eh schon auf Level. 10. Ich bin eh schon auf Level. 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 Ja, wir sind 17 Minuten. Schaut mal noch. Irgendwann machen wir noch. Wundschwimmst. 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 Da hinten ist ein Rennen. Was wir noch nicht gemacht haben. Stock, Wei. Stock. Ich bin schon ein bisschen begeistert von dir, aber nur ein bisschen. Ich stehe bei dir einfach immer Rei anstatt Wei. Ray? Wundschwimmst. Wundschwimmst. wie komme ich da jetzt hin Entschuldigung Kannst du den Bus klauen? Ja kann ich Aber ich klaue keinen Bus Ich bin schon einmal Bus gefahren in der Mission hat reich Das wird kacke Bitte biegeln Sie links ab Warum sollte ich mich um die kümmern? Moped rennen oder? Ja Ja So Letztes Rennen für heute 1 1 Go Ähm Oh Mein Gott Wie lange lief kein Machine Head mehr? Es ist traurig Hast du Hast du? Bist du 6 Hast du einfach in die Kugel bis zu essen? Das zu Recht aber auch Kann ja auch nichts geben Einfach zu gut Mhm Mhm Ja guck das kann nur ich Das kann nur ich Andere wären jetzt 2er geworden Ja du denkst einfach so ja Ja ich kann noch ein paar Spurenzen machen Richtig Ich bleib einfach erst mal Alter ist das drin kurz Alter Alter Das war eigentlich blöd Der Typ ist sogar von Moped Guck mal ich hab mich auf mein Moped gehalten wie eine 1 und der Typ ist da runter gefallen Alter was machst du denn da? Oh das ist ja schon traurig Falsche Richtung Ja ich wollte ihm halt auch nochmal eine Chance geben Ja Komm Geh Ich bin jetzt vom Moped gefallen Nur wegen dir Ja 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 Ah göttlich Auf mein neues Wobbel dich jetzt mit besserem Das ist halt nur an der Musik Ja Wenn kein Machine Head läuft dann geht halt nichts Ja 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 Ist ok Muss man aber dann haben Einfach Motore Toll ich bist so langer als eben Ich muss sagen echt toll Jo Guck dir das doch an ich fahr wieder ein Was willst du denn? Dein Motorradfahrskill hast du auch nicht so aufgelettet ne? 100 Mit Sternchen Und 3 lächelnden Smiley Sternchen Ja Du bist ja Du bist ja Du bist ja Du bist ja ein Geisterfahrer Aber auf die ganze Zeit In Fälle Du bist ja Ich bin erster Was willst du denn von mir? Du bist eine Gefahr für den Verkehr Für den Straßenverkehr Ja das ist ein Rennen Das sind illegale Straßenrennen Das sind illegale Straßenrennen Straßenverkehr Illegale Straßenrennen Da ist den Leuten das halt scheiß egal was die machen Weißt du was? Das habe ich bei Galileo gesehen Die Leute wollen auch keinem weh tun Die wollen ein schickes Rennen da machen Und du denkst du so da Ich bringe hier alle so um Zurecht? Dann sind das keine richtige Legale Straßenrennfahrer Der Hass Jetzt du recht Weil wir sagen Nach dem Straßenrenner Der Weg kein Bock mehr Da lässt sich jetzt rüber fahren von dem Komm Klamas Auto Am No Und an demnächst Da gibt's wieder Hauptmission Wendet euch gefallen hat Schaltet da wieder ein Würdet euch euch freuen Oder mich Oder wie auch immer Euch No Und ich sage bis dahin Tschüss Tschüss